Raoul Richter, süßer Neujahrsgruß an seine Vanessa.ex GZSZ-Darsteller Raoul Richter, 34, postet zu Neujahr einen süßen Gruß mit seiner liebsten Vanessa Schmidt. Der 31. Dezember hat für das verliebte Paar, das schon seit drei Jahren gemeinsam durch dick und dünn geht, eine ganz besondere Bedeutung. Denn an Silvester 2018 funkte es bei den beiden so richtig ….Traoul und Vanessa, seit drei Jahren glückliches Paar. Der gebürtige Berliner und seine bessere Hälfte Vanessa lassen ihre Fans via Instagram stets an ihrem privaten Alltag teilhaben. Ob am Set, im Urlaub oder unter der Dusche, das verliebte Couple nimmt seine Fans einfach überall mit hin. Zu ihrem dreijährigen Jubiläum postet der ehemalige Dschungelcamper aus 2020 jetzt ein zuckersüßes Silvesterfoto mit seiner Liebsten und versieht es mit den Worten drei Jahre. Dabei strahlen die beiden mit Wunderkerzen und einem riesigen Blumenstrauß in den Händen in die Kamera. Vanessa verrät ihrer Community mit einem ähnlichen Pärchen Schnappschuss, Wir sind gut reingerutscht und hatten einen lustigen mexikanischen Abend mit viel Tacos und Tequila. Raoul Richter auf Verbrecherjagd. Für Raoul Richters Fans gibt es großen Grund zur Freude, denn der Serien-Hotty ist endlich wieder auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Seit dem 9. September spielt der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer bei Notrufhafenkante den Polizisten Nick Brand, welcher mit seiner dortigen Kollegin Franzi Jung, gespielt von Ria Harderfin Ewald, 45, auf Verbrecherjagd geht. Dabei freut sich der 34-Jährige jetzt schon auf die weiteren Dreharbeiten als Ordnungshüter, wie er mit einem sexy Instagram-Schnappschuss in Polizeiuniform verrät. Untertitelung des ZDF, 2020